Wir laufen jetzt zum Gipfel gerade hin. Guck mal, hier geht es ganz tief runter. Von da oben sind wir aber auch gekommen. Von da oben sind wir aber auch gekommen. Dann geht es gleich runter Richtung Oberstdorf. Vorne aber zwei, drei kleine Kletterpassagen. Das ist wie hier. Wie ich so schnell kniege. Und hier geht es runter. Ganz streng. Ganz streng. Und hier geht es runter. Nichts Gleichgewicht für den.